Früher war es so, dass man einfach nur Businesspläne an Investoren schickte. Die Zeiten sind glücklicherweise vorbei, weil wir wissen jetzt, dass Businesspläne haben null und nix mit Startups zu tun. Das heißt, Businesspläne sind Lügen und noch mehr Lügen, basierend auf Unbekannte und noch mehr Unbekannte und irgendwie glücklicherweise werden wir alle erfolgreich im Jahr 3, wir gehen alle in schwarzen Zahlen im Jahr 3. Hat natürlich niemals passiert, wird auch niemals passieren. Das heißt, was wir schicken, ist 10 bis 13 Seiten in ein PDF, was erklärt, was wir glauben, was wir vorhaben und warum das ein interessanter Businesscase sein könnte. Aber wir machen keine Projektionen, wir machen keinen 80 Seiten Businessplan mit Lügen, wir machen einfach nur 13 Pi mal Daumen Seiten in ein Pitch Deck. Also, wir machen einfach nicht so, dass wir après das sini können. So, wir machen einfach mal eine da verstehe, wir machen einfach. Das ist natürlich auch nicht so. Also, wenn wir nach Hause haben, das geht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017